hallo herzlich willkommen zu einer neuen folge hör mal wer da hemmert und mit dabei ist heute marin und kai hallöchen na alles klar freunde habt ihr uns vermisst wir müssen einen hut bauen wo das glaube ich ziemlich einfach nur er ist auch hätten gut ja gut ich dachte mich hier verlesen erst mal ein viereck bauen ich meine damit kann man anfangen überhaupt macht ihr so ein zylinder oder ganz normal gar nicht also ich machen kann es noch ein zylinder dora ein was kannst du ganz keine fehler aus es muss jetzt mal klären dora ja ich kenne dora von nickelodeon also ich kenne die nur das den rucksack dabei hat immer ja und so ein nervige stinkeaffe ein feld dora meine fresse ja jetzt jedoch was ist ja also könnt doch meine fresse erzähl doch einfach eine geschichte erzählen ja zum thema hut aber war gestern gearbeitet wieder als bademeister da hat er so ein typ geklingelt also vornamen kasten geklingelt und hatte dann ob er bei uns duschen kann ich erst so mich gewundert was ist mit dem und da war es so ein bisschen älter schon so weiß ich nicht 60 oder so habe ich halt gedacht ja der macht ja sowieso keine scheiße lasse ich halt mal rein da hat er einfach sehr gut so befehl da stecken das war richtig komisch ist halt so gejoggt und hat er sich halt geduscht in der kammer hat er so weder shampoo noch geld und so bei gehabt dann hat er noch mal so tausend mal bei mir bedankt und sagt so ja vielen dank und so richtig cool dass ich das machen durfte bla bla das war richtig merkwürdig und das ist seine ganzen sachen bei uns unterm fön getrocknet ich frage mich was du für leute ins schwimmbad rein lässt die ihre sache unter fön trocknen ja ich dachte so mal nett also der sich auch super oft bedanken zu so sieht aus wie den milchschnitte irgendwie mit oreo scheiße das müssen wir mal neu machen das erkennt man ja gar nicht ohne das sei ich mir schon fast fertig da kommt noch so eine feder dran gute idee kai ja ich brauche auch an der peter mann da geklaut wie ist die nicht so geil kölnsteins schöner schützenfest zylinder uff tata uff tata gewehr dazu ne muss noch gewehr dazu bahnkei ok mach ich sogar hatte das denn hier mal ich glaube hier landen kann aliens oder so so die zeit dazu noch ab braun ja ich habe gestern in oberkirchen war ich hier das piepig haus ja idiot ich war gestern in der stadt unterwegs besser auch beim schwimmert hat man kommt das und tut mit einem gewehr alter ich dachte ich habe nicht richtig geguckt er läuft einfach an mir vorbei dazu ja klar ist das holzgewehr das war richtig creepy das kommt wieder weg ja und dann ist irgendwas passiert ja es war voll guselig so ach so das war's kai ist ja auch und freund mit seinen geschichten ja auf jeden fall da hört man gerne zu oder schläft ein je nachdem soll ich jetzt fertig sieht nicht aus wie ein gut ist auch egal schild oben drauf artikel ich mache damit nichts mehr man nutzt die packer aus aber naja meine auch so fangen wir noch mal an was haben wir hier eine schildkröte auf socken und vor allem es geht sogar eigentlich weg aber es ist trotzdem oder ich erkenne es nicht was soll es sein hut mit das haben wir hier das sieht aus wie so ein hier ist das schild die müssen das schild anlesen von aaron nein das sieht aus wie so ein jäger ist nicht explodiert das schild das war es was das ist ein ständer mit einem gut ist gut aber der hut sieht einfach richtig kacke aus ja so wie das hier das ist richtiger mann ist das hier das ist ein flacher zelinder und weil ich bist du das das finde ich schade ich habe kopf gebaut er hat den kopf gebaut gleich weg die scheiße der schild in der luft das macht mir angst obwohl das sind teppiche dann ist okay also teppiche begeistern mich ja eigentlich jedes mal bratz da was ist das das ist das ist das ist das ist das ist ein monocle ja das ist nicht gut kommt mir jetzt irgendwie nur scheiße was das denn und das ist kai bei mir ist alles schon kai diese fehler das ist 100%ig kai das stimmt kai das ist am liebding zack ja ja jess was ist denn oh 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 gleich weg damit oh oh yes explodiert wie geil ist er weg gewonnen also nein es kann nicht sein das war voll scheiße von dir ja hier was der genau ja und aaron hat auch noch ein bisschen ja ich bin nur ein platz über dir und du bist explodiert dann wäre eine runde dran oder ja wir werden das mit einer zwischen folge heute bis gleich willkommen zurück bei hör mal wer da hämmert und metal leute heute bauen wir ein engel ist das ein engel angel angel auch das ist ja jetzt ein engel ne also angel oder ich weiß es nicht ich glaube das könnte peinlich werden ich brauche jetzt ein engel ich auch aber aus was aus tnt ja mann bei den neuen alligator album kenne ich nicht da haben sind so engel die haben so ein bombengurt um krass und rufen dann alle walkbar oder was schnell auf der bühne und machen dann da ich bin halt da rum ey irgendwie leckt der server ich brauche einfach eine engelstatue so aus iron ja ich habe grad so die aus skyrim so im kopf ähm äh 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 fahrrad so ich fand ich nein ist das hoch genug das ist nur nicht hoch genug so das ist hoch genug jetzt kommen hier noch augen hin so so und und was du bist schon mal in den augen ja erstmal nach oben gebaut und hier oben kommt eine fette monobraue aus dreck so monobraue aus dreck also schon mal erstmal ein zweiter bleeding worten ne hey aber eine coole nase die nase wird 3d so irgendwie sieht das voll scheiße aus ok jetzt kommen gold blöcke das werden jetzt die flügel so passt auf wie macht man jetzt flügel scheiße ich komme gar nicht mit der zeit hin denkst du ich ja du sowieso nicht oh fuck er ist am bleeding jetzt schon ja 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 ist so ich bin viel zu langsam habe ich das Gefühl boah da quittet schon der erste wie kacke einfach 1 2 3 4 5 6 7 8 wo habe ich denn angefangen da jetzt 2 3 4 5 6 7 8 ok jetzt das gleiche auf der anderen seite bauen 1 2 3 3 1 eine minute noch jungen sieht es bei euch aus ich habe noch nicht mal den körper Oh. Geht. Noch nicht mal den Körper. Das ist ja schon mal vielversprechend. Also ist ja bald nur die Beine so, weißt du? Wie die Beine? Mein hat ja keine Beine. Glaube ich zumindest. Wirklich nicht. Nee. Klar. Irgendwie hat er immer so einen Rock an, oder nicht? Ach, keine Ahnung. Vielleicht. So. Wir haben doch keine Beine. Was ist denn los mit dir? Die Nase gleich ein bisschen lang. Scheiße. Meins sieht er aus wie ein Geist. Wie ein Geist. Wie ein Geist. Ich muss mal schauen. Das könnten dann die Beine hier unten werden. Mit viel Fantasie. Ja. Meins sieht wirklich so aus wie ein Geist. Zu unten kommen wir mal die Füße ran. Oh yeah. Oh, das geht aber. Ja, was soll's. Ach, ich hab das Schild vergessen. Sein. Lassen wir so. Oh, warte. So. Mein Background. Ha. Nice. Ah, mein Time ist ab. Ach. So, so steht es eigentlich gar nicht geworden. Scheiße. Okay, wow. Das ist halt schon. Ne, das ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich sag einfach mal mehr. Es bekommt ein Gurt. Also, ich find's halt. Ich find's gar nicht schlecht. Kann man machen. So. Ey, komm. Everything is awesome. Die Flügel alleine schon. Die sind doch gut. Oh, das sieht richtig kacke aus. Mann, das ist die Monebraue. Bei Eisabreding, Alter. Das Ding ist halt, dass ich das Engel, die Flügel sehen richtig kacke aus. Und irgendwie sind die Füße nach hinten. Alles bekommt jetzt hier im Eisabreding, ey. Guck mal, die Flügel sind nach hinten. Und einfach, die hat oben eine Glatze auf dem Kopf. Weiß, alles bekommt ihr im Eisabreding. Ich hab ja keinen Bock mehr auf die Scheiße. Alles sieht kacke aus. Was ist das denn hier überhaupt? Das hat da nichts zu tun mit dem Thema. Das ist echt so. Ey, wollt ihr mich verarschen eigentlich? Boah. Der hat kein Gesicht, Maisabreding. Der aussieht total. Oder wie so ein Zepter. Maisabreding, kein Gesicht, weg. Gleich weg. Das ist okay. Nein. Kickstart. Das ist ein Kaktus. Kürbis. Und ein Haus mit Kürbis. Das ist ein Kick, oder was? Maisabreding, weg. Maisabreding. Wenn das jetzt nicht explodiert, ne, dann ist es aber gut hier. Ähm, das könnte echt englisch kriegen. Äh, was ist das denn? Das ist doch... Das ist explodiert, was soll das? Das stehe ich nicht. So, was haben wir hier? Hat keine Nase. Maisabreding. So, gleich weg. Vor allem... Das sieht aus wie diese Flügel von Cosmo und Wanda. Stopp, ich möchte das nicht. Vor allem das mit 2S geschrieben. Das ist doch Maisabreding, Digger. Maisabreding, gleich weg. Gleich weg. Aber ich bin nicht der einzige Seite, der hier explodiert. Oh, scheiße. Aber ich meine, zwar... Ist das hier... Das ist halt so ein... Das ist ja jetzt, als ob das so geschmolzen wäre. Ja, ne, das gefällt mir nicht. Maisabreding. So. Im Beste schreibt das jemand. Yes! Yes! Okay. Immerhin. Okay, das kommt Elfing ist awesome. Aber nur wegen diesem Schild hier. Ich hab mir den Kopf nicht gebaut. Das ist Maddie, oder? Maisabreding. Der Mund ist ja so scheiße aus. Besser als ich. Ja, meins hätte aber Stil. Deins nicht. So. So sieht's nämlich aus. Ja. Besser als Supergriefer. Yes. Immerhin. Boah. Schlecht ich bin. Ey, war's das, oder? Wenn ich schon mal sowas hier lesen muss. Was für Leute spiel ich hier eigentlich? Unglaublich. Ja, das war's mit der Folge. Lasst doch eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt... Hör mal, wer da hämmer hat. Wer da hämmer hat. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen gibt's nix mehr. Rock. Hall장 gibts nix mehr. Dann seh multiplierschstabij. Hier klarakichstabijstabijstabijstabijstabijstabijs. 何öser niets chäl terPS faries auf wreck am SWIMm.